Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Samstag, dem 16. April 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1183 und ja, heute kommt sie an einem Samstag, denn ich habe euch noch keine schöne Ostern gewünscht. Und die gestrige Episode ist ihr ausgefallen, respektiv es war ja ein Feiertag. Facebook, Apple, LOL, Elon Musk, Google, Oppo und Ikea sind die Themen von heute, die ich kurzer Zeit habe zusammenkratzen können. Zum einen haben wir den lieben Herrn Zuckerberg, also Facebook oder die neue Firma, die da mittlerweile dahinter steckt, Meta. Die hat ja vor nicht allzu langer Zeit Apple als böse bezeichnet, im Sinne von wegen, dass sie 30% von den ganzen App-Einnahmen bla 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 und später 15%. Aber man versteift sich ja immer auf die 30% einverleiben. Und ja, Apple hat jetzt zurückgegeben und hat Facebook, respektiv dieses Meta-Dingens hintendran, als scheinheilig bezeichnet. Und ich finde, da hat Apple auch recht. Denn mittlerweile weiss man, dass man, dass Meta bei zum Beispiel Horizon Worlds, das ist eine dieser, wie soll ich sagen, im Meta-Universum angekommenen Möglichkeiten, ziemlich stark belastet. Man will da nicht nur die 30% für die einmalige Präsenz im Store, so wie es Apple und Google und andere auch tun. Nee, man möchte noch ein bisschen mehr, nämlich ganze 47,5% möchte man haben von dem Unternehmen. Und das ist dann schon ein bisschen eine ganz andere Nummer und heftig, wie ich finde. Mal schauen, wie sich das einbürgert und mal schauen, wie das bei Apple, Epic und Co. weitergeht. Dann gibt es schöne Neuigkeiten. Wir gehen ja in der nächsten Woche auf den Tag der Erde. Ist es doch Tag der Erde zu? Da hat Apple ein paar Updates rausgehauen. Man wollte ja in den nächsten Jahren auf 16 Gigawatt kommen. Gigawatt im Sinne von, nicht nur die eigenen Aktivitäten, die ja Apple schon seit 2020 klimaneutral betreibt. Allesamt, was Apple tut, überall auf dieser Welt, ist klimaneutral. Man möchte ja auch, dass die Hersteller, oder man möchte nicht nur, man zwingt die Hersteller, die sie beliefern, auch dazu, dass auch die im Bereich der grünen Energie oder der erneuerbaren Energie unterwegs sind. Das Ziel von eben diesen 16 Gigawattstunden auf die nächsten 5, 6 Jahre, glaube ich, oder bis 2025, ich bin nicht mehr ganz sicher, das haben sie jetzt schon mit 10 Gigawattstunden erreicht. Allein in diesem Jahr, oder bis jetzt gerade im letzten Jahr, sind da einiges mit dazugekommen. Zum einen ist das in etwa so viel wie 13,9 Millionen Tonnen CO2, was vermieden werden kann, dass sich nicht jeder etwas darunter vorstellen kann. Das ist etwa das, was die Autos, und zwar drei Millionen Autos am Stück, rauslassen, und zwar pro Jahr. Das ist eine schöne Einsparung und das wird in nächster Zukunft da auch noch deutlich mehr Einsparungen geben. Auch in Europa sind elf neue Unternehmen dazugekommen, die jetzt klimaneutral unterwegs sind. Das ist ein schönes Zeichen, eine schöne Vorgabe. Da können jetzt ganz viele andere Hersteller auch mit aufspringen und noch mehr tun, als sie teilweise schon tun oder tun sollten. Last one laughing lol, die dritte Staffel. Sie ist endlich da. Ich freue mich und werde wohl oder über mir nochmals dieses Amazon Prime für eine Woche, oder kann man das nur einen Tag? Nee, wahrscheinlich nicht für einen Monat zulegen, denn das muss ich unbedingt sehen. Alleine schon gottabinselig. Mirko Nonchev zuliebe, der ja im letzten Jahr leider von uns gegangen ist und da noch mit dabei war. Dann gibt es Neuigkeiten von Elon Musk. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen. Er hat ja 9,2 Prozent von Twitter erworben, ist somit der grösste Einzelaktionär und möchte jetzt das komplette Twitter übernehmen. Er selber hat getwittert, er habe da ein Angebot rausgehauen. 41 Milliarden will er dafür bieten. Aktuell ist Twitter irgendetwas um die 35 Milliarden wert. Brancheninsiders sagen, dass man eben zwischen 40 und 50 Milliarden auf den Tisch legen muss, um insgesamt da irgendwas überhaupt bewegen zu können. Jetzt dürfen wir gespannt sein, ob der das überhaupt darf und so weiter und so fort. Zumindest hat er auf seinen Sitz im Vorstand von Twitter verzichtet. Und da hat man schon die Absichten gesehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Switch to Android. Wer ein iPhone hat und das tun möchte, Google hat die App erneuert Switch to Android. Die kann jetzt nicht nur eben die ganzen Daten rübernehmen. Also mit ganzen Daten meint Google. Fotos, Videos, Kontakte und Kalendertermine und noch so ein paar Kleinigkeiten. Nee, man kann damit auch, oder man bekommt damit auch Anleitungen, was man noch zu tun hat. Zum Beispiel, was viele vergessen, sich bei iMessage zu deaktivieren, damit die SMSen dann auch wirklich ankommen und nicht im Nirwana, im digitalen Nirwana landen. Gerüchte gibt es rund um Oppo und das kommende Renault 8, was ja in den nächsten 1, 2, zumindest nach Gerüchten, Wochen vorgestellt werden sollte. Das könnte das erste Smartphone sein, welches mit Snapdragon 7 Generation 1 Prozessor auf den Markt kommt. Wir dürfen gespannt sein. Es wird auf jeden Fall sicherlich wieder eine rechte Polide. Und ja, bei uns wird es wahrscheinlich Herbst werden, bis dann das Gerät kommt und oder gar nicht kommt. Weil Oppo lässt ja gerne mal die eine oder andere Nummer bei uns in der Schweiz auch aus. Zu guter Letzt habe ich noch Neuigkeiten und auch hier wieder Hashtag Gerücht rund um Ikea. In dem Sinn aber nicht ganz so stark ein Gerücht, weil er schon das eine oder andere Foto davon aufgetaucht ist und anscheinend auch schon mal in einem Store irgendwo was durch hat blitzen lassen. Der neue Trattfree Gateway soll ein bisschen dünner werden, soll dafür aber nicht nur das Light-Protokoll von Zigbee unterstützen, sondern ein voller Zigbee 3.0-Controller sein. Die Hoffnung ist natürlich ganz stark, dass hier auch Thread und Matter mit integriert sind, aber das wird sich erst dann zeigen, wenn das da ist. Ikea hat zumindest angekündigt, dass in diesem Frühjahr noch einiges smarter wird oder dass das Zuhause dieses Frühjahr noch einiges smarter wird. Und das zeigt oder zeugt von einem neuen Gateway. Ich bin in grosser Hoffnung, freue mich und bin gespannt. In diesem Sinne euch ganz schöne und erholsame Ostertage, wenn ihr arbeiten dürft, fleissiges Arbeiten und ja, wir hören uns bald wieder. Wahrscheinlich ab Dienstag dann wieder. In diesem Sinne bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.